hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge hell ist was hier in unserem appartement und wir haben am letzten mal ja alles verloren aber entschuldigung ich habe gerade nase geputzt aber wir wollten los um jetzt muss ich mal gucken ich hatte eine längere aufnahmepause wieder wir wollten los um ja genau wir wollen die kreatur noch erledigen wir haben noch den bonsai den wir regelmäßig gießen in zehn tagen bekommen wir unsere belohnung wer weiß was da kommt und die mission mit dem supermarkt haben wir abgeschlossen ich wollte den tag aber noch anbrechen lassen oder beziehungsweise nutzen um wie gesagt blut noch zu sammeln denn wir brauchen für eine quatsch genau wir haben den schmied ja kennengelernt beim letzten mal was erzähle ich denn da den andre andre in den 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 bill nee warte mal wer war es noch mal hier den johnny der johnny walker hier den den haben wir ja schon genau andre den schweißer stimmt den schmied ja wir brauchen blut wir brauchen blut wir brauchen waffe haben wir die standard waffe weil wir alles verloren haben ich würde schon mal in eine raumsuche beginnen weil das dauert immer ein bisschen und mein octave glaubst du wirklich dass du einen meinen alten partner das was erreichen kannst ja ich gehe ganz stark von aus dass wir das können und so was haben wir hier kugeln nein sieht aber so aus vergiss es hat er hat er uns damit gemeint oder ist ein kugel drin ich glaube nach hat er uns damit gemeint also jetzt der charakter also uns jetzt hier im als spieler vergiss es ich bin so gespannt wie die konversation zwischen den beiden hier zwischen alfred unserem charakter wissen wir eigentlich wie unser charakter heißt nie ne oder haben wir namen ich glaube nicht ne ich glaube nicht dass wir namen haben so was aber denn hier alles okay die imagos waren glaube ich effekte die automatisch level in dem man sie glaube ich einfach hat oder so medizin genau verwendungstempo aktuelle punkte 19 von 250 angewandte effekte plus 1,9 genau aktiv und dann gab es da nicht noch irgendwas anderes genau das waren die kreaturen ich bin mir gar nicht sicher ich finde das voll cool mit dem log hier dass man sich das alles noch angucken kann ach hier die archivierten mission ja ich entsinne mich andere genau der wollte das kabel den nagel in hammer haben jawoll genau hier die kassen beleg voll gut kassen beleg mega genau das heißt also eigentlich können wir den tag beenden aber ich würde trotzdem noch mal versuchen die rachsüchtigen übernatürlichen und die mickrigen übernatürlichen mickriger aber natürlicher ist er hier oha und rachsüchtiger ist der mit dem dicken auge okay also der mit dem mit den zehen und der mit dem dicken auge die müssen wir auf jeden fall kriegen er hat noch eine ressource die wir noch nicht gefunden haben exkremente flosse und durchschnittliches herz kriegen von dem rachsüchtigen kriegen wir auch ein durchschnittliches herz alle flosse und auge okay drehgeschwindigkeit stimmt wir hatten doch so ein perk gehabt haben wir den ich irgendwie gekriegt gehabt wo wir wo wir uns glaube ich schneller drehen irgendwie so mir war so als wäre da was gewesen ich bin mir jetzt war auch nicht ganz sicher so ist auch aber ganz lange hier so viel los auf dem server ich glaube nicht oder ach ja wie können wir denn die zeit sonst noch verbringen können wir im zimmer noch irgendwas äumeln guck mal so hier kommt das summ noch her toll jetzt wo ich im zimmer bin großartig naja fahrstuhl so neue runde neues glück hinab in den schlund bin gespannt ob spieler da sind letzte mal waren es ja welche wieder da grandios gestorben keine spieler jungen naja ich glaube nicht so ich gehe natürlich trotzdem erstmal suchen oh das können wir heute verkaufen das nehme ich direkt mit bringt aber jetzt nicht viel ne will jetzt die tasche nicht direkt voll machen 864 komme ich nur das kabel das 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 tape mit und das reicht erstmal so ich will gucken wegen die wir brauchen den brauchen wir nicht aber wir brauchen munition wo sind wir denn überhaupt da oben okay gegenüber ist der park hier ist die bank das heißt wir werden mal schauen ob wir irgendwo kugeln her bekommen den brauchen wir nicht und ob wir den rachsüchtigen irgendwo her kriegen da sind kugeln sehr schön direkt mitnehmen ich frage mich ob es noch eine schnelltaste gibt weil ich ziehe das immer rüber es gibt doch bestimmt eine schnelltaste mit oder warte mit 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 steuerung steuerung rechts oh steuerung rechtsklick Entschuldigung jetzt habe ich aus Versehen geschossen steuerung rechtsklick glaube ich war es ne oder alles aufheben mit f ah mit f okay mit f das muss ich mir mal merken das muss ich mir mal merken dass ich mit f sofort so wir nehmen es natürlich mit weil wir blut brauchen ich habe auch noch keine schüsse gehört Gott sei Dank so ich glaube das erstmal reicht das an kugeln wir lassen ja bei uns auch aktuell welche wachsen was haben wir denn hier eine kommode lass mal reingucken ich weiß drüben ist das andere gebäude auf der anderen richten anrichtung aber möchte jetzt nicht viel gesagt wie gesagt jagd auf die monster machen oh das bringt 1200 nimmer mit die fernbedienung die wir in folge 1 die ich gesammelt habe oder so gut den brauchen wir muss nachladen lade nach sehr schön 2 von 3 haben wir den auch schon mal großes herzen nehmen wir mit warte mal einfach weil wir es können und einfach weil ich keinen bock habe da rein zu rennen der kam aber jetzt völlig random ne gespawnt also wir brauchen noch einen von diesem auge und zwei noch von diesen mit den weißen zähnen diese schnapper da diese rachsüchtigen glaube ich heißen die ne gibt mir mal mühe und bin mal sehr mutig ich habe auch keine spieler jetzt irgendwie also es war jetzt auch nicht warten auf anderen spieler ich vermute dass vielleicht gar keine hier sind können wir also glück haben dass wir vielleicht ein bisschen ruhe haben oh ich höre jemanden lade nach war das der? ne der war das nicht ne? das war der gar nicht shit oh der große oh der große kommt wer ist das denn gewesen? oh das brauchen wir das Auge ja man oh alter fuck wir müssen was zu essen finden unbedingt drei herzen nice der große kommt ich sollte weg hier ist glaube ich die küche ne? gucken wir mal ob hier was zu essen drin ist so nein geld ganz toll spinnt warte mal hier im kühlschrank ist bestimmt was zu essen dann heilen wir uns wieder ein bisschen oh ja ein falafel mhm würde ich würde ich direkt mal verwenden lecker mhm durch ein regal cornflakes vielleicht verwenden gibt 225 gesundheit her damit uah alter bruder da muss ich aber los gott habe ich mich jetzt erschrocken alter schwede hoi der witzgeher kapitän das kam ja so unerwartet so wir müssen noch ein paar kreaturen erledigen ne? zwei von diesen die spucken so bomben glaube ich genau diese art von kreatur war das wir sind wieder im empress square unterwegs und gehen mal hier die gasse entlang und ob ich hier im regal vielleicht was zu essen finde ja sehr schön Dosenfleisch mhm so sehr lecker da liegt ne waffe am tisch da oben ok apropos waffe wir müssen mal zusehen dass wir irgendwann mal neue waffen kriegen das ist der nein jo das war der zwei von drei davon brauchen wir noch einen davon brauchen wir auf jeden Fall noch einen diese fahrenden Dinger da diese meh bodenstaubsauger teile die brauchen wir nicht oh das sind kugeln wie kommen wir denn da rüber ah hier im park vielleicht den brauchen wir nicht den brauchen wir nicht lol der fliegt das habe ich ja jetzt erstmal gesehen der fliegt einfach oh der große ist hier oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott war das der große oh alter ich hasse ihn ok wir sollten hier mal schleunigst verschwinden vielleicht in die andere Richtung mal gucken ob da noch mal einer ist ok wer ist das das ist er nicht den brauchen wir nicht uah ich muss weg tschau da muss ich aber los hu 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 ding Zeit im Auge behalten 5 Minuten gleich ok Ausdauerleveln wäre auch noch gut ne weiß gar nicht ob wir Ausdauerleveln indem wir rennen oha oh blätt da bin ich weg oh blätterteich da bin ich weg so ich hoffe dass wir irgendwo noch fündig werden nach dem letzten weil ich habe keine Lust noch ne Runde zu machen weil ich würde schon den Tag beenden wollen gucken wir mal vielleicht kriegen wir ja noch einen vor die Flinte puh nochmal nachgeladen gut wir kriegen natürlich auch jede Menge Herz und Auge ok oh das ist wieder dieser doofe der doofe der am fliegen ist ne ist der das ist der den brauchen wir glaube ich ich glaube den brauchen wir der da geschossen hat wenn ich jetzt wüsste wo der ist wo ist der der ist hier irgendwo der ist hier irgendwo wo ist der hin Mist der war da irgendwo verdammt gucken ob ich ok den machen wir nicht kugeln haben wir hier schon leer geräumt verdammt wo ist der hin 3 Minuten 30 kann doch nicht sein muss doch irgendwo hier sein wo ist denn hier der Fahrstuhl der nächste ok der ist hier unten oh Gott oh Gott ua oh nein da war ein Spieler der Fahrstuhl wurde gerufen da wurde ein Fahrstuhl gerufen also ist da oben ein Spieler ua vielleicht soll ich da mal hingehen Attacke 30 Sekunden hat er ne scheiße schaffen wir nicht keine Ausdauer mehr das schaffen wir nicht shit ah Mist ich hätte ihn gerne besucht da oben das schaffen wir glaube ich leider nicht und ich laufe auch völlig falsch oder wir sind fast da wir müssen nur irgendwie hier jetzt lang nein nein lass mich lass mich in Ruhe man der ist bestimmt schon weg ne fuck der ist bestimmt schon weg Fahrstuhl ist da oben wasche ist auf jeden Fall offen aber es hat keiner einen der ist hier irgendwo der ist irgendwo und wartet irgendwo da würde ich verwenden er hat den Fahrstuhl auf jeden Fall nicht gekriegt wir sollten weg wir sollten auf jeden Fall den nächsten Fahrstuhl rufen shit oh was zu essen wäre super komm wenigstens ein bisschen ok der ist gleich da ja ich geh direkt rein und in simt puh alter wir haben einen gesehen also trotzdem obwohl warten auf Spieler nicht kam war trotzdem jemand da hätte ich nicht gedacht oh Levelaufschicht nice ah Mist jetzt fehlt uns noch eine Kreatur ok das können wir aber auch so machen zwischendurch mal da müssen wir jetzt nicht drauf pochen dass wir das machen ne also von so an dann deswegen also ja das geht auch äh das geht auch so so ähm ja nein das äh handeln wollte ich so und zwar das verkaufen war und die Fernbedienung und das behalten war denn ich würde mal eben unseren Onsai hatten wir gegossen aber unsere Pflanze glaube ich brauchte noch Blut genau so ah jetzt steht doch dass er wie viel er genommen hat ok bestätigen voll nice haben wir noch hier zwei Kakerlaken wir haben noch ein bisschen Geld auf Tasche ah ja wir haben ja einen neuen Schrank uh ja und Katana stimmt können wir verkaufen und wir haben ja noch die Uhr hier drinnen uh in den Schubladen ähm ich würde glaube ich den Tag ich glaube ich würde den Tag einfach mal beenden einfach mal schlafen legen soll ich mich schlafen legen wer weiß was der morgige Tag bringt ja natürlich schlafen ich kann nicht schlafen noch drei Tage Tag 8 Tag 8 Montag das Telefon klingelt grüner Daumen habe ich gerade erungen schafft Hallo Herr Problemlöser ich heiße Jacob ich habe deine Nummer in einem Traum gesehen ich bereite mich auf meine nächste Reise vor ich muss hier weg Gepäck kein unnützes Gepäck nur das Wesentliche es gibt nichts umsonst Papier und Bleistiefel haben ja es dürfte nicht so schwer sein danke ich würde dich mitnehmen aber es ist nur noch ein Platz übrig ich wohne in Snake Blackside 4 4 ok so was sagen denn unsere oh hallo aber selbstverständlich so Ertrag heißt jetzt wir müssen aber Pflanze eine Kugel achso eine Kugel so jetzt muss ich die natürlich wieder gießen genau bestätigen ok heißt wir können natürlich jetzt auch Kugeln lagern dann weil wir ja ein bisschen Platz haben ich würde einfach mal die 48 hier lagern ähm kauft er heute Waffen oh kauft er heute Waffen an? ja ich würde das Katana verkaufen weil ich bin jetzt in dem Game nicht so der 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 ähm Nahkämpfer so was hat denn ihr der Schlund zu erzählen? gehst du aus? was geht dich das an? vergiss nicht die Kugeln manchmal bist du leichtsinnig wir werden sehen auf jeden Fall steckt die Station voller Kugeln oder noch besser beschaff dir einen Topf und pflanze sie an damit du immer welcher hast wir werden sehen auf jeden Fall steckt die Stadt voller Kugeln ja mit all dem vergossenen Blut weißt du wo du nach ihnen suchen musst mal sehen ob du es weißt auf den Rasenflächen oder nur sollte ich das eigentlich nicht sagen aber du kannst sie auf unbeaufsichtigen Töpfen aus unbeaufsichtigen Töpfen ne Entschuldigung musst du kurz abhusten ähm du kannst also auch schlechte Ratschläge geben der war gut so hier auch ne da Topf so können wir direkt gleich wieder einlagern ja mit Alfred rede ich gleich unser tägliches unser tägliches Murmeltier quasi erstmal handeln erstmal so schwupps 4 Scheine auf Tesch ähm der braucht ja der ist ja noch seine Mission ne ja genau ok das heißt ich will mal eben nochmal eben schnell einlagern unsere Kügelchen ähm das Geld die Kugeln machen wir hier rein in dem unteren so und dann würde ich sagen quatschen wir mal mit Alfred guten Abend hat der Handwerker schon angerufen nein hat er noch nicht kannst du ihn zurückrufen er hat heute einen Notfall morgen wäre besser ich habe auch einen Notfall es gibt dringliche Notfälle hör zu ich gehe erst wenn du ihn angerufen hast ok ok du bist ganz schön hartnäckig was hallo spreche ich mit dem Handwerker tut mir leid dass ich störe ich rufe dich wegen des Mieters mit dem Riss an er sagt es sei ein Notfall ich weiß er denkt er ist der Nabel der Welt ich weiß ich weiß ja ja es ist dieselbe alte Leia ok das werde ich ihm sagen machs gut was hat er gesagt er sagt wenn es ein Notfall ist kommt er morgen endlich danke keine Ursache und jetzt lass mich bitte wieder an die Arbeit gehen löse das Problem mit dem Schlund versuche es morgen erneut das ist bestimmt so eine never ending story ich würde verwetten das ist mit Sicherheit eine never ending story da wette ich mit das ist das wird immer besser gut ok mit 100 Kügelchen gehen wir dann on road again wir haben keine neue doch wir haben eine neue Mission doch Moment natürlich wir sollen Jacob Papier und Bleischiff bringen da überlegen wo könnte man das herkriegen aus Schreibtischen vielleicht weiß gar nicht gibt es Schreibtische ich glaube ja oh Beitritt zum Match ähm müssen wir mal gucken ob wir es finden so was haben wir hier neues da das Klebeband löses Problem morgen ja ok neue Runde neues Glück Däumchen drücken so Abfahrt in den Höllenschlund so